ja 0 und damit verlohnt sich kommen zu neuen folgen 2 ja 0 war der der bei rocket beans immer gesagt hat wie die baguette sich zu verhalten haben der heißt so und die witzig wir brauchen mehr mineralien dafür brauchen wir mehr mineralien uns fehlen mineralien eine mutter hat so ein kalender geschenkt bekommen wo immer die namenstage von irgendwelchen leuten drinstehen und da sind so namen drin wie du denkst das hattest du dir jetzt gerade ausgedacht ich glaube er wollte alle trollen der den kalender geschrieben hat arnulf zum beispiel polygraph war glaube ich gestern der heiße so pokémon biad linde und solche biad linde auch jetzt hier muss ich zugucken zwar das ist ein aufgerissen also wenn es ein auftrittsglied gibt dann das boom 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 so um das schleichwerbung die oder von der kohle von was den geben portugiesischen liga genauso oft dafür brauchen wir mehr mineralien muss man einfach mal so deutlich geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien anzugreifen weiß ich mal ab hier zu sagen die so ist auch statt ich glaube auch dass die sich nicht über die musikalische richtung ja so steht das gesang jetzt auch nicht aber sein auftritt sie aber es hat andere schwerpunkte ja das richtig und blicke nicht gibt es auch ein fachausdruck für diese blinkenden lichter das mit irgendwas mit kub auf jeden fall glaube ich aber stethoskop war was anderes kaleidoskop ein bisschen ja aber er hat ja gesehen dass ich ja das kann man sich gut angucken dritter geworden oder ja da haben sich viele leute gut angeguckt mehr mineralien und da das ist spanisch für einst wird er gewonnen ich glaube nicht dass wir hier etwas heranwarten können geht nicht dafür brauchen wir mehr mineralien uns fehlen mineralien wir brauchen mehr mineralien uns fehlen mir jetzt kommt coca-cola was sie nicht sehen dürfen alles macht die leute froh nur die gläubigen blick ist leider noch nicht durch wir gucken meine arbeit rock'n'roll war nicht eigentlich coca-cola ach schon das war wirklich ein werbe-lied ja nein das ist kein werbevideo aber das haben wir einfach so gesungen und das hat die uhr verboten es geht eigentlich nur um den tag am strand mit coca-cola und stattdessen gibt es jetzt rock'n'roll 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 ist es auf englisch ich weiß nicht wie es auf deutsch heißt gießling heißt es glaube ich auf deutsch stefan stefan gießling er ist dem geworden der ist er jetzt bei leverkusen irgendwas nicht stürmer aber äh was anderes ich kann fragen lebt denn noch nicht meine spielt denn noch nee das glaube ich nicht Kiesli spielt nicht mehr glaube ich das war es an spitzen aber glaube ich Kiesli keine ahnung ich weiß es nicht das gefährliche ist halt einfach mal random irgendwas gesagt ja ein Stück Kiesli Eier wir brauchen Eier Eier Gibt uns einen Auftrag Die Schlacht wagt Wir dienen mit Stolz Oh Meg ist das übrigens Er hat hier richtig Bock drauf Unser Denken gleicht sich Und Blue Flame hat er auf jeden Fall Tötet relativ viele Worker Das ist doch in Ordnung Also muss ich jetzt einfach mal sagen Das ist okay Möge euch der Todsteuer Und der Priester ist auch dabei Was wünscht ihr? 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 Ich bin hier in die Schatten Nanana Nanana Was meckert denn die KI jetzt? Achso du bist angegriffen Mir ist bedauerlich mehr gerüchst Du bist doch gar nicht angegriffen Hä? Ich bin überhaupt nicht angegriffen Oh das ist wieder hier 80er Jahre Mikrofontechnik Und Telefon Was sagst du zum Bougaloo? Das kriegt ne 2 Ich fand ja gar Bedauerlich Ich fand's nicht so schlecht Was sagst du eigentlich zum Slow Mo? Das war nicht so gut Also das war zum angucken Ja aber wir gehen ja nach musikalischen Kriterien Nö nicht unbedingt Das kannst du machen wie du willst Also ich hätte das zum Beispiel weiter geworfen Aber muss ja nicht Bullshit Ich bin hier in die Schatten Also nicht du sondern du bist zu bleiben Ich bin hier in die Schatten Und die Disco Up and down here we go Also dass das meck ist weißt du ne? Jaaa Was soll ich denn machen? Also Immortals bauen vor allem Ja bin ich dabei Wie heißen die Viecher? Das ist Rob da Ne Willst du das wirklich? Ich brauch dir auf jeden Fall gleich Wir brauchen mehr Mineralien Und Upgrades Wir brauchen mehr Mineralien Die Basis unserer Verbündeten steht unter Beschuss Ich hab Blue Flame Helions in deiner Ecoline Was soll das? Oh, wo soll das? Oh, wo soll das? Das ist bitte kalt Kinder geht nicht in den Wald Du kannst auch mit deinen Hast du jetzt echt den nicht last hitten wollen? Ich hab doch gelesen Ich hab doch gelesen Das ist auch sinnvoll Also ich glaube sindvoll als Storm Ich dachte Ich dachte Einer spielt was anderes Ja, aber Wir liegen ja nur gegen Mech-Vorgehen sagen Ich hab mir Zumindest die Option Sagen wir es mal so offen gehalten Also wenn jemand was anderes spielen wollen würde Dann müssten wir eigentlich eher nehmen Und dafür brauchen wir mehr Mineralien Lalalona Ey lockerlola Ich lebe weiter Ich lebe weiter Geht nicht Uns fehlen Mineralien Upgrades ich habe eine forge irgendwohin gepflanzt ich finde es aus zwei fortschritt und wir brauchen upgrades ohne ende okay ich versuche es drei droplots drin lurkern mitten ja sicher ob sie aber auch mit ja ich habe auch irgendwo observer aber sie muss erst mal kommen hallo wo ist denn jetzt hier mein bewusstsein upgrade durchgeführt die wieder es riecht nicht mal so kopf hast du toll gemacht das einsatz das auftritt was sind das für hörner da hinten und ich denke mir dann müssen wir auf den geysir setzen kumpel ein mineralien klaster ist erschöpft altijd lokalola rock and roll oder coca cola je nachdem aber luller ist das ganz andere ist quasi markenrechtsgetreues es 10 konformes coca cola das wäre dann noch mal ab wann ist denn genug immortal jetzt auch auch die texten ja ein bisschen brauchen wir nämlich beide ich habe zwei observer dabei dafür reicht immer mal ein aus als sei die forschung abgeschlossen 22 ich glaube nicht dass wir hier etwas herren borden können 11 ist fertig weil hier sind die helden wieder du hast ja immer noch keine fortsteigen gebaut keine keine dinge unsere verbündeten werden angegriffen mein bewusstsein ist erwacht wir gehen mal zum anderen wort stauer die du von der kommen du er zu dieser seite sache über das gerade anzieht und volle der mineralien cluster gibt nichts mehr her warum kommt er mal richtig das gefühl dass du schon tot bist okay es war nicht genug immortals also 40 reichen nicht besser noch geschichte upgrades ich bin halt fast noch gemerkt aber gibt es nichts mehr zu holen eigentlich wäre es vernünftiger mit ihr nach rüber gehen uns fehlen mineralien 333 unsere verbündeten werden angegriffen bei dem mineralien cluster gibt es nichts mehr nicht gleich hast du genug production facilities kann ich nicht vollkommen würde ich behaupten zu bekommen gut läuft das ist schlecht ich habe da haben nicht so geht wie sie sollten dafür brauchen wir mehr wieder zu viel wir brauchen mehr mineralien wenn jetzt auch keine mögliche geben das ist monika die basis unserer ich glaube das ist einfach nicht genug hast du gemerkt überhaupt ja du hattest eigentlich sogar mehr aber du hast so viel verloren ja war es im ort gegen ja das ist aber einfach nur move command nicht gut ich würde sagen das war es für heute leute macht es gut dann muss man sich was anderes einfallen lassen ich denke mal an die monika entweder bis dahin du Vielen Dank.